So, hallo und willkommen zurück zu Tera. Wir sind hier immer noch im Feenwald und wollen mal kurz in unsere, wo war denn das gleich noch? Ich glaube, da, genau. Spezial erlernte Fähigkeiten. Da sind nämlich noch ein paar Sachen, die können wir heraufsetzen. Fähigkeiten erlernen. Ihr Fall, möchtet ihr Fall 3 erlernen? Logisch, immer ran damit. Was haben wir noch? Fertig erlernen. Felix Horn erlernen. Und erlernen wir das. Was Neues. Keine Ahnung, was das genau ist, aber... Okay, das probieren wir dann nochmal aus. Vergeltung 1 erlernen, machen wir auch. Das wird immer mehr, was wir hier unten reinkriegen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir noch? Neuigkeiten irgendwie. Schneller Pfeil, können wir nicht erlernen. Ab Stufe hast du nicht gesehen. Okay, das haben wir alles erlernt. Sehr gut. Passive Fähigkeiten. Beschleunigung. Was haben wir noch? Aha, gut. Ähm, so. Denn, äh, wollen wir mal... Was wollen wir nicht sagen? Da ist noch ein Quest, den wollen wir mal annehmen. Können wir da mal reinhüpfeln und... Müssen wir da? Ach da. Sprechen wir mal mit Ihnen da mal mit dem Knochen. Macht's euch nicht zu schwer. Was ist das hier? Macht euch Besitz? Okay, so. Normal. Euch hat wohl jemand hereingelegt. Feen in der Klemmel. Feen in der Klemmel. Gut, das machen wir. So, wo sollen wir denn hin? Ich muss ja mal... ...schauen, wo wir da hin müssen. Feen in der Klemmel. Ach, das ist da oben. Gut, dann werden wir erstmal unser Reit hier nehmen. Das war doch noch irgendwo hier, ne? Zack, unseren Teddybären, den haben wir ja noch. Ach, so, wir sollen da drüben hin. Ach, wir sollen auf jeden Fall irgendwie erstmal... Okay, mal gut. Die hauen erstmal wild drauf los. Wir müssen erstmal hier drumrum und da auf den Berg drauf, glaube ich. Okay, die sind alles voller Feen. Halt, was war das für ein Viech? Können wir da mal wieder absteigen, ne? Oh, wie so. Was ist denn das? Panzerschwein. Oh, das ging aber fix. Gut, der konnte nicht viel ab. Oh, da kommt noch ein paar mehr. Hallo, 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 hallo. Ey, das war ja nicht so geplant. Alter Schwede, was war das denn? Okay. Ähm, ja. Also, okay. Da ist noch ein bisschen Gold. Habe ich keinen Anspruch drauf? Da auch nicht, ne? Nee. Okay, na gut. Ach, darf ich die Viecher gar nicht umbringen? Doch, noch mal. Wo kommen sie? Da. Ach du schon, da kommen sie. Gut. Tut mir leid, aber nützt ja nichts. So, wir haben ja noch was abzubauen, das machen wir auch. Das nehmen wir auch mit. Jups, erfolgreich. Was haben wir noch? Pflanzen müssen wir auch... Hallo? Was machst du denn da? Wahnsinn. Was sollen wir hier eigentlich? So. Siehste. Das haben wir doch auch super hingekriegt. So, wo sollen wir denn... Ach, da sollen wir hin. Hallo, mein Freund. Die werde ich noch verknüpfen. Hallo, warum schießt du denn nicht, du Hund? Der ist ja ziemlich... Der ist ja ziemlich... ...er zielig... ...er zielig... Aber nicht mit mir. Aha. Wie viel sollen wir denn davon... Ähm... Sieben Stück? Sieben Stück? Wo sind denn noch mehr? Dann sind das die Jungs da. Mhm. So, warte mal. Zack. Okay, da muss ich mich noch ein bisschen mit reinfuchsen. Nicht? Ist nicht ganz so... ...easy, wie man sich das immer sieht. So, den auch nochmal, mein Freund. Den kriegst du auch nochmal. Ganz heftig von mir. So. Die wollen wir erst mal ein bisschen... Oha. Das ist natürlich doof, dass er direkt von meiner Nase ist. Hallo, was jetzt denn? Fest prüfen. Äh, 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 kann ich das nicht mehr wegmachen? Hallo? Was war das jetzt? War das eine Einwahrung oder was war das? So, jetzt habe ich noch mal ein Freund. Das ist aber nicht. Ich drücke H, klicke auf Teleportation, um zur nächsten Verbündetenlage zu kommen. Ist das was Neues? Habe ich nur reingesehen. Da ist noch ein bisschen Kram von uns. Aha, wir können jetzt Teleportationsrollen kaufen. Was nehmen wir? Stufe 13. Okay, so mein Freund, die Bedreheuer dran. So, jetzt aber. Das kann doch nicht so schwierig sein. Meine Güte. So. Haben wir jetzt hier alles? Siebelzahn. Einer fehlt uns noch. Einer fehlt uns noch. Wo haben wir denn noch so einen Knecht? Feenaufständische. Na gut. Ähm. Geh weg. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich warte. Okay. Ähm. Da ist irgendwas, was wir einsammeln können. Okay, das müssen wir auch gleich machen. Okay, aber dann erstmal das hier. Was ist denn die? Was ist das denn? Ähm. So. Das nehmen wir nochmal ein. So, jetzt kommen wir erstmal hier zurück. Was ist denn da unten los? Was ist das da? Gescheckte Fußarbeit? Oh. Was habt ihr denn für Würmer hier? Sag mal, das gibt's ja gar nicht. So, auf jeden Fall will ich mir erstmal wieder zurück da. Ah, und unter H. Können wir irgendwo hin teleportieren? Was ist das denn? Allgemein. Handlung. Quest abschließen. Aufstand der. Meldet euch bei Befehlungen. Ich will hier aber jetzt nicht. Alter, das kann auch nicht angehen. So, und jetzt aber Ruhe. So, mein Gott nochmal zu. So. Rauf auf den Gaul. Wo sollen wir hin? Da hinten hin. Nach Holzhausen sollen wir auch mal wieder zurück. Aber erstmal möchte ich da oben hin. Und zwar. Was sollen wir? Ach, da ist er. Hallo, mein Guter. Seid ihr von ganz weit weg? Klar. Fest Abschluss. Ein schlechtes Land hier, was? Schinken auf der Flucht? Hm, was ist das denn? Alter, bist du gar nicht? Annehmen. Hallo, ihr. Das machen wir auch nochmal fix. Ihr seid wohl neu hier, Ratz. Ich wünsche mir auch ein Abendfeuer. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich bin durch. Ja. 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 Sag mal, hat man nicht mal die Ruhe hier? Die Föderation klingt wundervoll. Aha. Feiner Flug. Was sollen wir denn machen? Die Feen haben mir mein Spiel Feenstapel genommen. Glaubt ihr mir nicht? Doch, doch. Ich glaub dir. Alles klar. Kein Problem. So. Was sollen wir denn hin? Was sollen wir denn machen? Ähm. Augenblick mal. Das war doch irgendwo noch ein... Da ist noch ein Fragezeichen. Da ist noch einer. Ah, was ist hier denn los? Da müssen wir auch nochmal hin. Hallo? Wie kann ich helfen? Zahn, Zahn. Questabschluss. Ah, danke schön. Mission Säbelzahn. Seid gegrüßt. Wir nehmen alles an, was hier ist. Wir nehmen erstmal alles an und dann können wir aussortieren. Oder aussortieren wollen wir ja nicht. So, hallo, mank oder. Was hast du denn noch? Unrecht. Schinken auf der Flucht. Auf jeden Fall. Was ist das für ein Teil? Ah, Faron-Pfeil. Ich muss mal erstmal gucken. Benutzt zahme Ferkel. Benutzt Feron oder Fer-Mond-Pfeil, um die Ferkel zu ziehen und sie... Okay, das machen wir. Gut, Inventar. Da muss ich erstmal diesen Pfeil raussuchen. Da ist er. Den setzen wir uns mal auf die vier. Ich glaube, da komme ich nur voll durchsinander mit. Was sind denn die kleinen Ferkelchen? Die Dinger hier? Kann ich ja mit vier schießen. Zack. Und du auch noch vielleicht? Ungenutzt hast. Ne. Ist gerade benutzt. Schinken auf der Flucht. Komm mit. Zieh den Pfeil. Benötig. Okay, komm mit. Bringen wir diesmal hierher? Komm her. So. Und schnüff, schnüff. Alles klar. So, einen haben wir. Einen haben wir. Nun machen wir den zweiten. Mal klar. Hier vorne ist nur einer. Hallo, mein Peter. Benutzen. Was frisst du dir noch auf, oder was? Okay. Benutzen wir es mal. Mal sehen, vielleicht klappt das gar. Du schon wieder. So, komm her. Ich nehme dich mit. Auf der Flucht. Feine rausziehen. Komm mit da her. So, komm mit. Ich hoffe, er folgt mir jetzt. Ja, es kommt. Langsam. Und ganz ruhig. Ich habe nun leider keinen Plan, wie die Uhr wieder ist. Ich bin doch. Das ist doch nicht zu fassen. Ich gucke irgendwie nicht auf die Uhr. Kann sein, dass das eine kurze Folge wird. Das kann sein, dass es eine mega lange Folge wird. Ich weiß das nicht. So, jetzt fehlt es natürlich nur ein Schwein. Das nehmen wir mal hier unten mit. So. Kann er rausziehen. So, komm mal. Die Fee habe ich auch. Dann komm mal. Komm mit. Dann haben wir das hier erledigt. Zahn ist Ferkel. So, jetzt haben wir es. Eins, zwei, drei. Haben wir fertig. So, dann. So, mein Bruder. Was hast du an Spiegel? Euch hat wohl jemand hereingelegt. Hat er? Gut. Das nehmen wir alles mit. Dankeschön. Schinken auf die Flucht. So. Gottes Willen. Das ist hier noch auch nicht was zu tun. Das ist ja richtig was zu tun. So. Ähm. 20. Ich denke mal noch. 10 Minuten. Fingstaub. 2 von 10. Okay. Das sind noch eine. Ziemlich easy. Das müsste ziemlich leicht gehen. Da ist noch eine Fee. Das ist noch mal so ein kleines Schuss. Ja. Zack. Siehste. Fünf von zehn. Noch eine. Laufung gar nicht so weit. So. Das ist noch eine. Oh, das ist super fix hier. Zack. Und da ist noch eine. Siehste. Sechs. Noch eine. Zack. Sieben. Oh. Acht. Oh, das ist voll. Das muss man nur dann mitnehmen. Das muss man nicht liegen lassen. Zack. Da ist auch wieder einer aufgetrennt. Boah, das geht richtig schlimm hier. Neun. Und jetzt eine mehr noch. Wir sehen jetzt. Das ist auch zehn Stück. Nein, eine noch. Jetzt aber. Oh Gott. Wir sind direkt so stressig jetzt hier. Hallo. So. Zehn von zehn. Wie bringen wir das auch nochmal schnell weg? Wo ist er denn? Da hinten ist er. Hey, hier. Der kleine Wunsch. Euch legt man wohl nicht da rein. Garantiert nicht, mein Freund. So. So, die haben wir auch. Den müssen wir da hinten nochmal. Oh Gott. So. Ähm. Und das machen wir. Und das machen wir. Den Garantiertkissen hier rumballern. So. Mal fix hier durch. Dann können wir hier absteigen. Zack. Da ist nämlich ein, den wir uns am besten noch verknüpfen. So, fallendlich um. Das kann doch nicht so schwierig sein. So. Ist das dabei? Ah, wieder was gefunden. Fall doch jetzt endlich mal um. Das kann doch nicht so schlimm sein. So. Auf jeden Fall ist es sehr stressig hier. Im Moment. So. Du auch. Da hatte ich noch was. Da sollen wir auch mithaben. Und. Uns fehlt noch. Ich glaube. Wir sollen zehn Stück von den Jungs umlegen. Alter Schwede. Das ist ja richtig eine Menge. So. Du auch weg. Da ist noch Gold. Ist das meins? Kann ich das nehmen? Doch kann ich nehmen. Tatsächlich alles übersehen, wa? Da ist noch ein. Also alles mitnehmen, was hier so rumliegt. Den auch da. Ja. Da liegt noch ein bisschen Gold. Das haben wir auch mit. Und da ist noch einer. Zehn Stück haben wir von den Jungs umgehen. Das ist eine ganze Menge. Da ist noch was. Und da ist noch einer. Das war so ein kleiner Rockstoß für ihn, aber das macht ja nichts. Da steht er gleich hier auf. Oh, direkt vor der Nase einer. Das ist nicht gut. Siehste. Das ist doch gut. So soll's sein. Handschuhe der Jüngsten. Das gibt natürlich auch was. Da ist noch einer. So, mein Freund. Du siehst erstmal so dran. So, jetzt aber an, ne? Siehste. Das haben wir auch. Wie viele sollen wir davon denn noch? Sechs. Oh Gott, noch so viele. Da ist noch einer. Ich kann mal schauen, was wir noch an super tolle Waffen haben. Okay, Nahkampf 10. Haben wir alles mit? Ja, haben wir. Dann ist noch einer. Schau mal her. Schau mal die Falle auflegen. So. Das war's denn. Sehr gut. Wie waren wir denn jetzt? Acht Stück. Acht Stück. Ich muss noch kurz ins Invertrag gucken. Ganz kurz. Ganz schnell. Was haben wir da? 15. Wie gesagt, die können wir gar nicht benutzen. Das sind alles Sachen für. Schade, 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 schade. Selten. Arche, nie. Okay. Das ist natürlich doof. Was haben wir hier? Sieben und 93 haben wir. Unsere ist wesentlich besser. So, und du noch mal. Ein Schuss. Zack. So, und jetzt noch mal. So. Was haben wir jetzt? Acht. Nehmen wir alles mit, was wir haben. Acht. Und, ähm. Warte mal, warte mal. Wo ist noch einer? Acht. 19. Da drüben ist noch einer. Gut, klauen wir uns den hier mal. Hallo, mein Guter. Schieß, 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 schieß. Schieß, schieß. Frühstück. So, das war's. Das ging ja ziemlich razzifazzi. Das kann man nie so anders sagen. So, den noch. Oh, nicht so viel aufmacht. Den wollen wir jetzt nicht. Ach, wir haben den anderen auch gehackt. Ach, du Schande. Ja, auf das war's. So. Wir haben alle zehn. Sehr gut. Das nehmen wir auch noch mit. So. Und denn, da ist noch was. Heilsfähre. Nehmen wir auch mit. Und wir sollen wohin? Wir sollen nochmal da oben hoch. Und steigen nochmal unseren kleinen, guten Teddybären. Und wieder zurück. Heiler, was na'n Horde. Die haben wir bestimmt alle an der Hacke jetzt. Garantiert. Da bin ich mir echt, bin ich fast von überzeugt. So. Hier kann ich helfen. Ja, erstmal, erstmal gar nicht. Für die Föderation. Da kommen sie. Ja, kommen sie. Ach Gott, das ist eine ganze Menge. Jetzt hauen sie wieder ab. Mein Freund, was hast du? Freut mich sehr. Mission Säbelzahn. Hab ich alles erledigt. Supi. Gut. Ach, da ist noch wieder einer. Hallo. Na gut, die fallen zum Glück schnell um. Die fallen zum Glück schnell um. Wir sollen... Was sollen wir denn noch machen? Hm, Tötungsbeweis. Säbelzähne. Ach, wir sollen Säbelzähne noch sammeln. Macht Jagd auf schleichende Säbelzähne im Feenwald. Das machen wir. Aufstand, da sollen wir auch noch hin. Feen in der Klemme, da sollen wir auch noch hin. Gut, da haben wir eine ganze Menge zu tun. Ich sag mal, für diese Folge, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch denn gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.